Na, da haben wir ja schon jemanden. So, mein Name ist Teano. Ein schwieriger Name. Machen wir das gleich noch einmal. Mein Name ist Teano. Dein Name? Wie ist dein Name? Krista, hallo Krista. Sag mal alle Hallo. Sehr schön. Hallo. Und vielleicht auch dein Name? Mariana. Hallo Mariana. Mariana, Entschuldigung. Und noch einen gleichen Mann. Und dein Name? Hallo Banayoti. Sag mal alle Hallo. Was wir heute machen werden, ist Musik hören. Und natürlich auch tanzen. Ja? Und was tanzt man in Österreich? Natürlich. Walter. Sehr schön. Zum Ers aber müssen wir ein paar Mörder lernen. Wie zum Beispiel zählen. Die Nummern halten. Eins. Versuchen wir mal alle zusammen. Noch einmal. Eins. Sehr schön. Zwei. 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 Drei. Drei. Sehr schön. Noch einmal. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Und jetzt alleine. Zwei. Eins. Zwei. Ne, 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 ne. Sonntag? Drei. Drei. Sehr schön. Und das ist? Zwei. Bravo. Jetzt natürlich ein paar Richtungen. Wie zum Beispiel zurück. Einfach. Zurück. Mach doch mal. Zurück. Einen Schritt. Sehr schön. Und jetzt nach vorne. Vor also. Vor. Sehr schön. Versuch doch mal. Vor. Kommen Sie. Vor. Einen Schritt. Sehr schön. Vielleicht einmal nach rechts. Sehr gut. Rechts. Noch einmal. Noch einmal so. Drei. Links. Ja. Links. Und jetzt mal alle. Richtungen zusammen. Zurück. Sehr schön. Vor. Rechts. Und links. Sehr schön. Mal gucken, ob ihr das auch verstanden habt. Ich brauche zwei Mädchen. Vielleicht hier die zwei hübschen Damen. Okay. Ein Applaus bitte für die Damen. Dankeschön. So, dann machen wir das mal zu dritt jetzt, ja? Wir müssen das mal zählen. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Zurück. Zurück. Noch einmal. Zurück. Sehr schön. Und jetzt vielleicht mal nach vorne. Vor. Und noch einmal. Vor. Sehr schön. Vielleicht nochmal nach rechts. Und einmal nach rechts. Noch einmal. Gut. Und jetzt nach links. Und noch einmal nach links. Gut. Und jetzt machen wir mal die vier Schritte zusammen. Zurück. Zurück. links. Vor. Vor. Rechts. Ja? Wollen wir mal alle zusammen versuchen? So. Eins. Zwei. Drei. Zurück. Zurück. Links. Vor. Vor. Rechts. Mach doch mal alleine. Mal gucken, was ihr verstanden habt. So. Zählen bitte. Eins. Zwei. Drei. Zurück. Zurück. Links. Vor. Vor. Rechts. Mach. Bravo. Sehr schön. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass die Profis kommen, oder? Kommen die Profis. Kommen die Profis.